Jo, hallo und herzlich willkommen zurück zu Arcania, aber es ist nicht mehr normales Arcania, sondern es ist Fall of Zeteriff, das DLC, was ich gar nicht gespielt habe, was komplett blind ist und ja, ich hatte einfach gesagt, wir fangen einfach gleich mal an, wo ich spiele. Ich spiele auf normal und natürlich lade ich mein Autosave vom letzten Mal. Es ist gut, dass du wieder da bist, gerade jetzt. Was ist passiert? Ich habe schlechte Nachrichten aus Zeteriff. Der Bote war halb tot, hat von einem Dämon gestammelt und davon, dass Karella, die Tochter von Eson VI., um meine Hilfe bittet. Die Tochter deines Feinds bittet um deine Hilfe? Ich hätte dem Boten auch nicht geglaubt, aber der Vulkanausbruch? Er gibt mir zu denken. Außerdem sind meine Freunde nach Zeteriff gegangen, um nachzusehen, was aus meinem Heer geworden ist. Diego, Milton, Rester und Gorn. Ich mache mir Sorgen. Sie sind auch meine Freunde geworden. Wenn du erlaubst, gehe ich nach Zeteriff und suche nach ihnen. Es war gerade sehr laut, sehr mysteriös. Starke Nahkampfattacken lassen sich nicht durch Spächerer unterbrechen. Merkt euch das, Leute. Immer. Aber auf jeden Fall ist anscheinend der Vulkanausgebrochen. Du hast genügend Materialien, um die notwendigen Anleitungen, um etwas herzustellen. Drücke C und öffnen das Handwerk. Oh, hey, nice deep pose. Wieso habe ich gerade 30 FPS gehabt? Und wieso habe ich nicht mehr... Oh, der ist bloß unsichtbar geworden. Okay, man sieht ihn anscheinend nicht mehr, aber er ist noch da. Deswegen ist mein ganzes Zeug ist auch noch so. Okay, meisterhaft. Also es hat sich hier nichts geändert. Alles noch so, wie es vorher war. Wie habe ich hier nur 40... Was ist denn los mit dem Spiel? Ich stehe beim... Sonst hatte ich immer 100. What the fuck? Video. Verwaltete Einstellungen. Sichtbreite. Normalerweise macht das eigentlich keinen Unterschied. Sichtqualität. Ich kann das ja ein bisschen zu schwanken. Ich weiß nicht, was halt. Von Spielaktivitäten versiegbar. Ah, okay. Alter, 50. Ah, da bist du ja. Das ist gut. Na los. Großmeister Ningal hat mich gebeten, dir etwas auszurichten. Was? Er erwartet dich im Süden von hier, in der Wildnis, und bereitet einen Teleportationszauber für dich vor. Einen Teleportationszauber? Warum das denn? Ein Lavastrom hat uns heute Nacht gänzlich von Seetarif abgeschnitten. Warum hat Ningal den Zauber nicht gleich in der Festung gewirkt? Der Großmeister der Finsternis hat es nicht für notwendig erachtet, mich in die Einzelheiten seiner Waisenpläne einzuweihen. Das Beste wird sein, du fragst ihn selbst. Er tut es einfach nur ein Idiot. Was gibt es hier in der Gegend von Sonjara? Bäume, Sträucher, Gräser und im Süden vor nie ein paar schäbige Bauernhöfe. Nichts, was für deine Mission von Belang wäre. Danke. Okay, ich habe jetzt ein bisschen in den Einstellungen rumgefummelt. Ich habe jetzt einfach ein paar Sachen rum. Wieso habe ich hier im Menü 30 FPS? Was ist da los? Oh mein Gott. Also, ihr seht es da oben, das schwankt so krass hin und her. Ich habe keine Ahnung warum. Ich habe alles auf niedrig gestellt. Ich hatte immer noch 30 FPS hier. Ich habe keine Ahnung, was mit dem Spiel läuft. Ich habe eine Sichtweite auf 25 runtergestellt. Da habe ich gemerkt, dass es wenigstens nicht unter 50% dropped oder zumindest unter 60 dropped. Also, ich lasse es jetzt einfach mal so. Vielleicht ändert sich das später auch. Ich habe keine Ahnung. Es liegt definitiv am Spiel. Ich kann sogar, ich kann sogar Ding hier. Unoptimiertes Cyberpunk mit 70 FPS spielen auf hoher Grafik. Also, oh Dämonenwölfe. Hey, die kennen wir doch irgendwoher. Aber gut, okay. Arkania läuft ja auf keine so guten Engine. Haben wir beim Ursprungsspiel schon gesehen. Aber hey, immerhin kann ich auf die Hotkeys zugreifen. Immerhin kann jetzt die Aufnahme auch pausieren, wenn ich möchte. Ohne aus dem Bild rausklicken zu müssen. Das ist doch wenigstens ein Anfang. Oh, jetzt bin ich bei 55 FPS. Hm, nice. Ich glaube, ich kann die Videos in 50 FPS rendern. Wie kommt es ab und zuvor, als würde der keine ganzen Kompos mehr machen können. Also, damit ist es keine durchgehenden Schläge mehr machen können. Sondern, ähm... Sondern nur noch so... Naja. Manchmal. Manchmal unterbricht der dann auch immer Vorlauf, wo ich das geskillt habe, dass er es eigentlich nicht tun sollte. Aber hey. Ich bin ja nicht hier, um mich über das Spiel zu beschweren. Ähm... Schon fünf Minuten in Vorlaufs... Ja, eigentlich sechs Minuten. Sechs Minuten schon im Spiel und nur am Meckern. Das Zeug von einem sehr guten Spiel, habe ich gehört. Ich bin froh, wenn ich damit fertig bin. Dann kann ich es löschen. Dann habe ich wieder aufs Speyerplatz frei. Aber... Vorlaufs geht nicht so lang. Ich habe bei manchen Leuten gesehen, das geht halt vielleicht irgendwie... Die haben zwölf Folgen oder so. A 20 Minuten. Ich könnte mir vorstellen, dass ich halt einfach drei Folgen länger brauche. So 15 Folgen oder so. Mir gefällt aber, wie der Wolf den Schaf jagt. Komm, ich hab den Wolf mal. Ich stimmte, ich war hier gar nicht aus. Wieso folgt mir das Schaf? Wenn ich mit dem Schaf interagieren... Nein, kann ich nicht. Sonderangeboten. Ach, halt Small Tender. Habe ich eigentlich noch? Oh, das kann ich auch noch machen. Cool. Das Problem mit dem Menü hatte ich ja eigentlich schon vorher in gewisser Hinsicht. Also meine Frames auch ein bisschen runtergedroppt, wenn ich in das normale Menü gegangen bin. Okay, was ist das? Ich werde das jetzt ja rief für Königs gerade, ob das 20 Verankampfschaden brauche ich nicht. Ich habe ja den Schnitter und Inners. Ich werde das zauern. Der Schnitter gibt mir irgendwie 33 Verankampfschaden oder 330, ich bin mir nicht sicher. Ist auf jeden Fall gut. Gut genug, um ihn zu behalten. Und da er eh was einzigartiges ist... Die Sessener Scavenger. Die halten auf jeden Fall nicht allzu viel aus, weil ich die richtig weggeblitzt habe. Kann aber auch an meiner Rüstung liegen. Oder an Inners Zaun. Ich habe keine Ahnung, wie gut der Zauber verstärkt, aber der ist auf jeden Fall richtig krass. Hey, der Wolf, der macht hier Party. Oh yeah. Komm, tanz mit mir. Tanz, Tanz, Wolf. Oh ja. Oh, jetzt ist er meine Brust durchtot. Das ist das bewirkte Kronstöckel. Anscheinend muss die Landschaft verändert haben. Ein wenig, nachdem er... Nachdem die einen den Dämonen da extrahiert haben. Torus und die anderen zwei Buys. Wollte ich keine Ahnung haben. Ich dachte, ja, Torus wäre tot. Der ist bei mir zweimal gestorben im Schnitt. Ich habe in Ingotik 2 nicht gekillt, das weiß ich. Aber in Ingotik 1 ist er bei mir gestorben. Und in Ingotik 3 ist er bei mir auch gestorben. Also was soll der Scheiß? Wieso lebt Torus noch? Und ich glaube, in Götterdämmung habe ich ihn auch getötet. Das ist dann eigentlich schon dreimal. Wollte mal sagen, könnte der Götterdämmung zählt nicht ganz so dazu. Weil es ja... Keine wirkliche Gotik-Zeile ist. Wieso kann ich die Schildgriffe... Fuck mein Game ist so nice rum, dass ich das nicht looten kann, oder was? Ah, okay. Jetzt bin ich aus der Animation raus. Nice. Ball of that is a nice game. Without any bugs or exploits. Mmh... Ich sehe schon, wie das Spiel mir jetzt schon gefällt. Und ich kann jetzt gerade nicht speichern. Warum? Aber der Gegner der Nähe sind. Okay, der eine Blitz war schon so krass, dass ich den einfach gleich ausgenockt habe. Finde ich auch cool. Das gefällt mir doch. Das gefällt mir doch. Boah, ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Muss ich ganz ehrlich sagen. Sagelen. Sagelas. Zum Glück ist es hier nicht wie ein Turschuh. Dass da einfach am Strand überall dieser Meeresschlick ist. Und dann später einfach gar keiner mehr kam. Weil man keinen Strand mehr mit, ähm... Schickkröten gefunden hat. Irgendwie ein bisschen schade, finde ich. Hä? Ich bin an ihm da vorbeigelaufen. What the... ... sie können ja feuerbälle schießen wundert mich dass sie hier nicht immun gegen feuer sind oder resistenz gegen feuer schaden haben jetzt muss ich schon wieder aufs klo aber ich kann jetzt gehen passieren muss die aufnahme gar nicht beenden und dann alles fünf jahre zusammenschneiden wir haben auch schon so rote augen wir sind so wie eben das war anzune wird immer mit der tasse ausweichen ob davon wenn man andere spiele spielt mit mit anderer kasten belegung ja schämer new kingdoms auf armadour makeloser weißaugenschild in marke logger ein makel ogre bewusst eine fiole jetzt sind wir nicht mal das feuer an das ja eine schande ist es ist die sich jetzt dies ist schon die was noch mehr feuer war eine die ich mir doch wenn er seine eigenen freunde anschießt aber hier ist es nicht so wie bei amma nur dass die dann sich gegenseitig angreifen und ich immer noch lustig mit den spinnen die sich dann geklopft haben bis ich alle getötet habe je weniger fokus die auf mir haben desto besser auch und ich habe keinen schaden jetzt habe ich schaden bekommen aber die machen nur sehr wenig wenn auch daran liegen dass wir feuer war eine sind und dass ich ein zu hohes level habe oder auch beides da komme ich nicht durch aber hey da ist eine truhe und da ist auch mal eine truhe hey da ist ein göttliches elixier der starke rostige axt kurzmesser stark fisch aus der fehler ist meister ist der edle nasenhelm der muss wohl ganz edel sein richtiges designer stück bestimmt oh nice das ist das ist Okay. Wo laufe ich eigentlich hin, das ist die bessere für Achtung mit den Lava-Sturm. Das kann auch sein, dass ich zu Ninga laufe. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Quest-Marke anhabe. Ich bin egal. Dann gehen wir in die andere Richtung. Ah, hey, da war ich noch gar nicht drin. Hier gibt es Lörker. Und ich dachte, wenn die normalen und normale Lörker gegeneinander kämpfen würden, ist ja lustig. Dann sehen sie den Helden, der macht einfach weiter. Was ist das denn? Das Eierwecke oder was? Dämonische Eiersäcke. Sieht auch so aus wie meine Eiersäcke. Dämonenmaul. Ich speichere mal. Die machen halt nichts wirklich interessantes. Die sind halt einfach nur da. Ich glaube, wenn ich ins Signal komme, greifen sie mich an. Das sind sehr gute Gegner, habe ich gehört. Die haben noch nicht geteilt. Ich bin gespannt, wie mir lägen sie ein. Ich bin gespannt, wie ich das schon gebrant. Dämonen, die sind nicht so mächtig. Ich bin gespannt, wie ich euch nicht überle dependence. Ich bin gespannt. das kann ja gar nicht so gut machen vielleicht doch mal nicht hier mal nicht so anja ich habe die dämonenmaul und noch eins ich habe die noch nie angreifen gesehen angreifen sehen so meine ich habe eine heiltrank gehört der macht mich erhabener der halt richtig erhaben nehme ich meine rüste mit genau so dick wie meine wurst die sind richtig lustig die sind die sind die sind die sind nicht was ist da auch dämonenmäuler und lurke ja was macht das schaf hier müsste ich bewegen das dämonenmaul muss ich jetzt verirrte schafe zum bauernhof oder was aber ich bin auch ein verwirrtes schäfchen meh 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 mit scharf ich bin es scharf noch am scharf ich bring dich zu seinen freunden willst du ein besseres leben haben als jetzt moin knecht meister ein meister knecht meister darin leute zu knechten wo ist denn hier der bauer oben ist eine frau wir kenne ich dir das leben euren ich dachte schon jetzt knechten unser chef das schaf hat mich verlassen da stehen welche okay ich glaube warum klaue ich das ich mich ich mich ich Vielen Dank.